Ja, Hallöchen zusammen! Vor kurzem habe ich ja ein Video gemacht zum Abnehmen durch Intervallfasten und Slow-Jogging. Das werde ich euch unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Darin hatte ich erwähnt, dass ich zwei Ziele damit verfolgen würde. Einmal noch weiter abnehmen und nach 45 Jahren zum ersten Mal wieder joggenderweise an einem Volkslauf teilzunehmen. Und hiermit möchte ich euch heute auf den neuesten Stand bringen. Jawohl, ja. Ich muss sagen, es hat geklappt. Teilweise. Also, ich habe weitere 5 Kilo leider nicht abgenommen. Da hat es leider nur zu weiteren 1,5 Kilo gereicht. Aber damit habe ich jetzt in einem halben Jahr, in einem knappen halben Jahr, 6,5 Kilo verloren und die fest. Das heißt, ich habe auch nicht wieder zugenommen, habe das auch nicht wieder vor. Und ich sage mal, so schlecht ist das ja eigentlich auch nicht. Und wenn es dabei bleibt und ich mein Gewicht halten kann und es nicht wieder nach oben geht, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was mein Laufen angeht, habe ich das seit Mitte Juni etwas umgestellt. Ich bin weniger Nico-Nico-Trippelschritte gelaufen, sondern bin mit etwas größeren Schritten zum normalen Langsamlaufen übergegangen. Beim Langsamlaufen ist es allerdings geblieben. Zunächst habe ich 40 Minuten unterbrochen Laufen geschafft, dann 50 Minuten. Und seit der 11. Woche meines Trainings bis heute regelmäßig laufe ich dann zweimal die Woche oder auch dreimal die Woche eine volle Stunde mit eben diesem normalen Langsamlaufen. Und nur noch ganz wenigen Trippelschritten. Das macht mir einfach mehr Spaß. Ab Anfang August habe ich zwischendurch immer wieder Sprintmomente eingebaut, um mich auf den angestrebten Volkslauf am 30. August vorzubereiten. Den habe ich auch bestritten und ohne zwischendurch zu gehen oder stehen zu bleiben, habe ich den dann auch geschafft. Nun muss ich aber sagen, dass dieses, ich nenne das mal Tempo-Joggen, eigentlich nicht meins ist. So bleibe ich beim Langsamlaufen 60 Minuten alle zwei bis drei Tage und nehme zukünftig an Volksläufen wieder als Nordic Walker teil. Ja, und der nächste Termin, und wohl der letzte in diesem Jahr, findet am 31. Oktober statt. Ja, das soll es dann mit meinem Abnehmen und Langsamlaufen gewesen sein. Das heißt nicht mit dem Abnehmen und Langsamlaufen, wenn es geht, sondern mit den Videos darüber. Ja, die nächsten Videos, das kann ich schon mal verraten, gehen dann über meinen Kurzurlaub im Sommer in den USA. Mit ein bisschen Sightseeing und Wandern auf gut amerikanisch Hiking in den Urwäldern von Maine. Seid gespannt, haltet euch aufrecht. Bis denne.